Herr Müller! So Kinder, das war jetzt gerade der Malte, eine alte Kommilitone von mir, mit dem ich meine Masterthese zusammen geschrieben habe. Wir gehen jetzt mal in Stuttgart schön was essen. So, der Malte und ich haben jetzt unser Bier leer getrunken und wir gehen jetzt mal in die Stadt. Alter, was essen wir denn? Burger, bitch! Bisschen eng geparkt, aber in Stuttgart gibt es Schlimmeres. So Malte, helf mir mal schnell, wo sind wir denn jetzt? Wir sind hier irgendwo ein Stück gehabt, ich habe keine Ahnung wo. Wenn der Malte jetzt wegrennt, bin ich komplett verloren. Ich glaube easy, wir sind auf jeden Fall, hier drüben ist gleich das Heuchstagsviertel. Wir gehen auf jeden Fall an den Rand des Leonardsviertel, wieder ein Wohnenviertel, Leonardsviertel. Wir gehen jetzt mal in Stuttgart. Also Burger. Wie gesagt, wenn du jetzt wegrennst, bin ich komplett verloren. Ich weiß nicht, wo wir sind. Heuchstagsviertel sagt man was, aber ich kann dir nicht sagen. Ja, wir sind halt auf der anderen Seite der Stadt, wir sind nicht in deiner Runde. Das stimmt. Ich weiß gar nicht, ob man den Namen sagen kann, wir sind auf jeden Fall in deiner Runde. Und man kann hier, wusste ich gar nicht, man kann hier seinen eigenen Burger zusammenstellen mit tausend geilen Sachen. Sau geil. Danke Malte. Das wird gut. Hier mal was geiles sehen. Guckt euch mal den Burger an. Junge, Junge. Das ist einfach herrlich so ein Yipa. Aber, Thomas, du weißt eigentlich, wo für Yipa es steht? Mein PA. Für Indian Pale. Das war, wo er das früher in England gebaut und dann nach Indien verschifft. Und um die Reise zu überstehen, brauchte es halt ein bisschen mehr Alkoholgehalt und war dadurch auch ein bisschen würziger. Wurde dann dort verwässert und dann als normales Pale Ale verkauft. Das heißt, wir trinken hier nicht nur ein Bier, sondern auch ein Stück Geschichte. So Kinder, wir waren jetzt gerade im George und Paul. Paul und George. Paul und George, was auch immer. Paul und Georg. Paul und Paul und Georg. Und wo gehen wir jetzt hin? Jetzt gehen wir auf den Montescher Bellino. Zum Sundowner. Ich hoffe, der Akku reicht noch. Ansonsten gibt es Alkohol. Okay, Change of Plans. Wir gehen jetzt doch zu mir in die WG und trinken noch ein Bierchen. Weil die Damen verlangen nach dem Malte. Das kann ich auch nichts machen. Big Boy Malte natürlich. Stemmer M oder aka The Beast Müller. Ihr kennt mich. Okay. Da bin ich ziemlich alt auf dem Blatt. Nicht mein Voller, Alter. Remember to work hard, be nice to people and try not to get lost to kill. Okay, I love you. Okay, ich beende den Vlog mal ganz normal. Okay, auf jeden Fall war's das für heute. Wir sind, wie gesagt, nicht mehr zum. Wohin gegangen? Im Montescher Bellino. Dahin. Sondern sind zu uns in der WG und haben noch gemütliche Spielchen getrogen. Mit Sammy und der Mona. Ich vertreche mich jetzt. I'm gonna end, right?